Tag zusammen, Deutschlandfunk Nova ist hier heute mit einem ehemaligen kleinen feinen Geheimtipp aus Köln, sind sie schon lang nicht mehr, sind richtig groß geworden, machen aber immer noch sehr emotionale, ehrliche und vor allem auch direkte Musik und das Besondere ist, heute ist der 7. Dezember und heute ist Release Day. Heute gibt es das zweite Album von Ann-Maikantereit und es folgt hier ein Gespräch über Finkers, über kackende Vögel und über Freude. Malte Hook und Christopher Annen, die anderen haben wir so exemplarisch hinten, die haben Kopfschmerzen noch. Sektchen schon getrunken? Nee, noch nicht. Also ja, gefühlt natürlich schon. So um 12 Uhr haben wir schon, hast du keinen Sekt mitgeschrieben? Ja doch, stimmt. War besonders, ist der Tag trotzdem noch besonders so, zweites Album jetzt draußen, jetzt geht's so richtig los oder ist das einfach nur so ein kleiner Peak? Nee, also für mich ist es auf jeden Fall schon ziemlich besonders. So ein zweites Album rausbringen ist schon irgendwie ein krasser Moment, wenn man so irgendwie anderthalb Jahre oder so richtig viel daran gearbeitet hat. Release kriegt auf jeden Fall nochmal eine neue Bedeutung in dem Moment, wo man wirklich befreit ist und weiß, jetzt haben wir es endlich rausgehauen, jetzt müssen wir nicht mehr darüber sprechen oder jetzt können die Leute sich das einfach anhören. Und macht ihr auch was als Band, abgesehen davon, dass ihr natürlich die ganze Zeit sehr viel miteinander macht, also habt ihr euch dann was vorgenommen, heute Abend irgendwie lecker essen gehen oder irgendwie sowas? Ja, mal gucken, wir sind nachher noch da im Buhmann und Sohn bei so einem Gewächshaus, was wir aufgemacht haben. Ihr habt schon ein Gewächshaus aufgemacht? Ja, so ein kleines jetzt für zwei Wochen, so um den Release rum, konnte man sich da auch schon in den letzten Tagen das Album anhören und so ein paar Fotos angucken und so. Und da fahren wir gleich nochmal vorbei und sagen mal hallo. Das sind diese Pop-Up-Stores. Okay, ich shoppe euch. Dann wollten wir heute Abend noch ein Bierchen trinken oder so, ne? Ja, gut. Aber wir sind auch gerade alle relativ müde noch von der Krone, deshalb glaube ich... Tiefenentspannt. Tiefenentspannt. So muss man ja auch in den Tag reinkommen, das gehört sich so. Ich hab mal nachgeschaut, 2014 haben wir das erste Mal über euch berichtet, da heißt es noch, die Kölner Band an Mai Kanterreit spielt gerade auf der aktuellen Tour von Clueso im Vorprogramm. Drei Jungs kennen sich schon von der Schule, kurz nach dem Abi-Band gegründet, dann geht's weiter, sind vor allem als Straßenband in Köln aktiv, vertreiben ihre erste CD alles auf der Homepage, machen Promo und Booking alles selbst, hat sich ja geändert. Und dann geht's weiter, noch muss man sagen, denn mit dem Status als Clueso-Vorband wird sich einiges ändern und an Mai Kanterreit wird bestimmt bald deutschlandweit bekannt. Schaut ihr denn eigentlich noch oft in den Rückspiegel und denkt so, oh, die alte Zeit? Ne, ich glaub, da sind wir zu jung für. Die alte Zeit. Also wenn du jetzt davon redest, von der Clueso-Support-Tour, denk ich schon, krass, das ist schon echt lange her. Aber ich mein, wie viele, was sind das, vier Jahre oder so? So, aber ne, ich glaub, das machen wir irgendwann, wenn wir in 10, 15 Jahren, dass wir da auf irgendwas zurückblicken und denken, wie toll war das denn beim ersten Album, jetzt sind wir ja schon beim zweiten. Ja, also Christoph war auch nur Blick nach vorne und... Ja, also klar, überleg mal kurz so zurück, aber so richtig jetzt sich hinsetzen und so, die Memoiren verfassen für die letzten Jahre. Ja, macht man ja vielleicht auch nur in so einem schwachen Moment, wo man so alles in Frage stellt, das bedeutet ja vielleicht einfach nur, dass ihr nichts in Frage stellt und alles richtig macht. Ja, vielleicht haben wir auch einfach super wenig Zeit, mal das alles so sacken zu lassen, das spielt da bestimmt auch so ein Stück mit rein. Okay, aber wenn es kein Bedürfnis gibt, dann ist doch erstmal alles super. Jetzt wart ihr in Spanien für die zweite Platte, habt sie dort aufgenommen, vier Wochen, das kleine Dorf hieß Villers, Barcelona dann so ein Stückchen hoch, eigentlich Richtung Frankreich. Warum seid ihr dann dort gelandet? Was war da so besonders in diesem kleinen Dörfchen? Wir hatten eigentlich so die Idee, dass wir irgendwo hinfahren, wo es wirklich ganz abgeschieden ist, wo wir uns komplett auf uns und die Musik so konzentrieren können und wo es warm ist, wo man ein großes Wohnzimmer hat, wo man ein Studio reinbauen kann und sowas. Und dann hatten wir so ein paar Vorgaben einfach und haben dann einfach nach Häusern geguckt und so viele gab es dann tatsächlich gar nicht, die all diese Anforderungen genügt haben, wo man wirklich noch nachts laut Musik machen kann auch und sowas alles. Und dann wart ihr da vier Wochen und in diesen vier Wochen sind eben diese 14 Songs für die neue Platte, müssen wir auch mal sagen, Schlagschatten, so heißt das gute Werk, entstanden. Wie war der Tagesablauf? Du hast den Wecker gestellt, 6.30 Uhr, ein Rührei gemacht an alle oder wie lief's? So ähnlich. Ne, also die Lieder sind da natürlich nicht entstanden. Die Lieder haben wir das Jahr vorher geschrieben. Und das war tatsächlich relativ strukturiert. Also wir haben eigentlich fast jeden Tag Sport gemacht morgens, so irgendwie sind um 8 aufgestanden und dann der eine ist laufend gegangen, der andere hat irgendwie Übungen gemacht. Und dann haben wir uns meistens so um 10, glaube ich, zum Frühstück getroffen oder halb 11 und dann so besprochen, was wir den Tag über machen. Und das war relativ ambitioniert, was wir uns da vorgenommen hatten, weil wir während wir aufgenommen haben, schon die erste Single rausgebracht haben und das Video dazu drehen mussten. Und so hatten wir immer so Sachen, wo wir wussten, okay, das müssen wir jetzt heute schaffen und das müssen wir wann anders machen. Wir hatten am Anfang, wollten wir eigentlich Klavierlieder aufnehmen, dann hat der Klavierstimmer und eine Klavierstimmerin, also wir hatten zwei verschiedene, haben es beide nicht hingekriegt leider, das Klavier zu stimmen. Und dann konnten wir erstmal keine Klavierstücke aufnehmen, also man musste viel reagieren bei diesem Album. Vorher waren wir beim ersten Album im Hansa, riesiges Studio, da kommst du rein und dann setzt du dich hin, nimmst den Bass in die Hand oder die Gitarre und dann fängst du an. Und da war es halt eher so, das war ja ein Wohnzimmer, so Markus und Fabian, die beiden, die unser Album produziert und co-produziert haben, mussten ja erstmal da überall Wolle in die Ecke stellen, alles dämmen und irgendwie so alles ausrichten, dass es halbwegs gut klingt. Und hat sich die Tatsache, dass ihr da wart, in Spanien, auch in diesem kleinen Ort, in dieser Finca, das schaut ja wirklich malerisch aus, es gibt auch viele Bilder und Musikvideos und eine Doku sogar, wo man es sehen kann bei euch, hat das sich irgendwie nochmal auf die Stücke, auch wenn sie fertig waren, ausgewirkt? Ich glaube schon, also das ist irgendwie ein anderes Gefühl, wenn man irgendwie sich mal kurz zwischen den Takes dann raussetzt und bei vollem Sonnenschein irgendwie in so eine wunderschöne Landschaft so guckt, als wenn man jetzt so dann im kalten Berlin oder Köln ist und da bei 8 Grad irgendwie draußen sitzt und denkt so, ich will wieder rein und dann total hoch, durchgefroren, hoch geht wieder. Also es hat sich bestimmt irgendwie darauf ausgewirkt. Aber nicht so, dass ihr nochmal generell ans Schreiben dann gegangen seid oder, ich weiß nicht, Henning nochmal irgendwas anderes gemacht hat, weil er irgendwie jemand im Ort getroffen hat oder sowas? Nee, also da sind schon noch, der Henning hat auf jeden Fall noch an Texten da weitergearbeitet und so ein paar Ideen sind auch da, glaube ich, noch so entstanden, aber die Stücke waren alle schon so bei 90 Prozent oder weiter. Toll, also spannend, sich da mal einzuquartieren und so ein bisschen diese Eskapismus-Nummer zu fahren raus aus der Kälte. Könnt ihr euch das vorstellen, da zu leben, also ernsthaft mal, im Süden, ich meine, das ist ja so ein Traum von vielen. Im Süden allgemein auf jeden Fall, so in so einem winzigen Dorf, weiß ich nicht, da könnten mir auch irgendwie die Decke auf den Kopf fallen, aber da war es auf jeden Fall schon extrem schön. Also Süden sagen wir ja, aber Dorfleben nein? Das ist die Frage. Ich habe zum Beispiel relativ viel Lust, ich habe nicht aufs Dorfleben, aber so auf Natur, das finde ich schon sehr, sehr gut. Das war echt geil, dass man so morgens zwei Minuten oder beziehungsweise eigentlich gar nicht, man war direkt halt irgendwo, wo man auf irgendeinem Feldweg langlaufen konnte oder so, das ist schon geil. Aber gleichzeitig in diesem Dorf waren halt dann gefühlt nur wir, da haben schon noch andere Leute gelebt, aber echt nur so 10, 15 Leute und die waren auch nicht immer da. Und das ist dann schon heftig, vor allem, weil wir ja die acht, neun Monate vorher auch schon zusammen verbracht hatten und davor eigentlich die vier Jahre davor auch. Ihr habt ja mal, wann war das, 2016 nach der ersten Platte, dann die große Tour und dann habt ihr gesagt, so jetzt mal Cut, jetzt müssen wir mal Pause machen und auch in der Zeit, lustigerweise, seid ihr dann zusammen gewesen wieder. Ja, da waren wir dann auch in Amerika. Dieses Jahr war ja auch, also eigentlich hatten wir uns das schon oft vorgenommen, ich glaube, das geht vielen Bands so, wir fahren jetzt mal runter und dann macht man es doch nicht, dann will man doch irgendwie ein Album machen. Warum macht man es nicht? Also habt ihr es ausmachen können oder vermisst ihr einfach gar nichts? So du alleine oder du alleine oder mit anderen Menschen irgendwie. Gibt es das Bedürfnis gar nicht? Ich glaube, das Bedürfnis gibt es schon irgendwie auf jeden Fall, mal stärker, mal weniger stark so, aber dann ist das auch manchmal schwer so, das Gefühl wirklich so vorauszusehen oder zu planen. Also man kann manchmal sagen so, okay, vielleicht wollen wir in anderthalb Jahren oder in einem Jahr nochmal ein bisschen jeder sein Ding machen und dann ist ein Jahr später und dann haben wir plötzlich wieder Bock irgendwie weiter Musik zu machen. So und das kann man manchmal sehr schwer planen und auf der anderen Seite muss man das bei uns irgendwie viel planen, weil das irgendwie so eine Tour und einen langen Vorlauf hat. Aber ja, mal gucken. Also wir haben, wir spielen jetzt auch erstmal wieder nächstes Jahr die Tour und dann nächstes Jahr die Tour. Zukunft war mal am Schluss. Zukunft war mal am Schluss. Okay, okay. Aber ich habe gerade vernommen, Malte, du hast ein bisschen drüber geguckt, ist das ein klassischer Schlagschatten jetzt hier im Hintergrund oder würdest du sagen, nee, es ist eigentlich, weil Schlagschatten ist ja immer, so in der Grafikwelt, was ganz deutlich gezeichnet ist, ne? So und das eben auch der Albumtitel jetzt bei dem zweiten Album, war das der Hintergrund oder? Ja, also man muss dazu sagen, wir haben das relativ simpel angegangen, diese Thematik, so was wie, was soll unser Album heißen? Und im Nachhinein kommt jetzt natürlich immer die zahlreichen Deutungen, Schlagschatten aus dem und dem Grund, die ich auch teilweise sehr, sehr schön finde. Aber in dem Moment ging es eher darum, was fühlt sich gut an? So wie bei allem eigentlich, oder eigentlich ist das so unser Credo. Was fühlt sich gut an? Wenn es sich gut anfühlt, dann machen wir das. Und wir haben uns verschiedene Albumtitel aufgeschrieben. Wir wollten, dass das entweder ein Titel oder eine Zeile aus einem Song ist. Und Schlagschatten war das, was hängen geblieben ist und wo wir dann im Nachhinein auch sehr schön finden, dass es so Gegensätze beschreibt, also hell und dunkel und das eine geht nicht ohne das andere, modernes Young & Young, wenn du so willst. Also ich finde das sehr schön, weil es auf dem Album viel um so kleines, wir sagen immer, also so kleines Glück geht und viel um so große Krisen, die aber eigentlich ja auch sehr persönliche große Krisen sind und jetzt für dich jetzt nicht so wichtig, dass... Ne, doch, also Inhalt des Albums ist natürlich schon wichtig, aber vielleicht, dass deine kleine Krise nicht meine kleine Krise, aber im übertragenen Sinn hat vielleicht jeder deine Krise. Genau. In der ersten Platte und in den ersten Songs von euch, da ging es ja so ums Thema, weiß ich nicht, so um die großen Lebensfragen, wo will man eigentlich hin, so Auszug oder auch natürlich Beziehung und Liebe. Ich meine, das ist jetzt auch noch immer wieder dran, aber was ist neu auf Schlagschatten? Ich glaube, also ganz konkret haben wir mehr mitgeschrieben an den Texten, also Henning hat da viel mehr sich geöffnet für, sowohl für uns als auch für andere Leute noch, unser Lichttechniker und unser Tontechniker. Wir haben ein Lied mitgeschrieben, also ein Text. Welches? Ich gehöre nicht mehr tanzen. Ah, okay. Genau. Und ich glaube, generell ist alles, wenn man es jetzt ganz runterbrechen will, so ein bisschen, ein bisschen ehrlicher, ein bisschen mutiger geworden und wir haben versucht, unsere Komfortzone mehr zu verlassen. Und das war, glaube ich, so für uns sehr wichtig. Warte, Maite. Ja. Wenn der Lichttechniker mitschreibt, wie darf man sich das vorstellen? Also geht der Henning dann, kommt der zum Henning und sagt, du pass mal auf, ich habe echt eine tolle Zeile, die kam mir gerade beim Aufhängen der Lampe im Kopf oder wie lief das ab? Also ich glaube, das würden die jetzt nicht machen, dass die so auf uns zukommen und sagen, ey, hör mal hier die Zeile. Also so mit dem Hinblick, dass es auf ein Album soll. Vielleicht ab jetzt. Ich habe jetzt. Jetzt tragen die noch rote Schale zum Kopf gemacht. Er kriegt ja wahrscheinlich auch Geld. Ich hätte dann auch eine Zeile für sie. Schieben uns die immer auf so Zettel und so rüber. Nee, wir hängen einfach super viel mit denen rum. Und dann in dem Fall war das so, dass wir irgendwie vom Hotel gechillt haben. Und dann hat Henning Ukulele gespielt und ich weiß nicht mehr, eine hat irgendwie gesungen, ich glaube, ich gehörte nicht mehr tanzen, weil er nicht mehr tanzen gehen wollte. Und dann hat der Till oder Andi, einer von den beiden irgendwie gesungen, ich glaube, ich gehörte nicht mehr raus. Und dann, keine Ahnung, hat sich das immer so, die Bälle zugespielt und irgendwie fanden wir das ziemlich lustig. Und dann haben wir gesagt, ja, irgendwie auch ein cooler Song. Dann haben wir uns da ein bisschen mehr drangesetzt und dann ist so ein Song daraus entstanden. Und dann war halt klar, dass die beiden Zeilen von denen kommen. Sind jetzt bei der GEMA beide. Die kriegen wahrscheinlich Ausschüttung. Achso, ja, sehr gut. Haben wir uns auch heute mit denen unterhalten, also heute Nacht quasi, als wir reingefallen haben. Und das hatten die schon wieder vergessen. Und die wissen ja auch, also wir kennen ja mittlerweile, wir wissen ja, wie es mit der GEMA läuft. Aber die wissen halt noch nicht, dass das ultra lange dauert, bis man da überhaupt. Ja gut, aber wenn es dann irgendwie so ein Klassiker wird, wie Last Christmas oder sowas, dann läuft es, würde ich sagen. Dann muss da auch nicht mehr Licht machen. Ich habe das tatsächlich am Anfang überhaupt nicht gerafft, wie das mit der GEMA läuft. Und habe mich da angemeldet. Und meine erste Überweisung waren, glaube ich, 56 Cent. Und da war kein Betreff. Ich hatte keinen Brief bekommen. Und da war ich so, okay, wofür ist das? Ist das jetzt für 2014? Oder ist das jetzt... Und da drauf noch Steuern dann? Oder bist du zum Bütchen? Hast du ja erstmal eine bunte Tüte geholt? Oder weißt du... Genau. Eine saure Zunge. Sehr gut. Aber das ist ja eine nette Geschichte. Und ich meine, es ist ja auch irgendwie eigentlich dann ein schöner Prozess, wenn ihr eure Band, so verstehe ich das zumindest, hat ja diese Basisdemokratie sowieso immer. Ihr überlegt ja sehr, sehr lange, auch wenn ihr Facebook-Postings macht oder so, dann bis dieser Post raus ist, dauert wahrscheinlich, so stelle ich mir das vor, eine Ewigkeit. Da sind wir aber auch lockerer geworden, muss man sagen. Wie lange war die längste Zeit, worüber ihr nachgedacht habt? Für so einen Post? Boah, locker ein paar Stunden. Es gab schon ein paar Posts. Also ich wüsste jetzt nicht genau welche, aber wir können da manchmal wirklich Stunden drüber reden, wo man sich auch irgendwann denkt so, boah, lass uns das doch jetzt einfach irgendwie machen, ist mir egal. Aber wir sind halt so eine Konsens-Band, also es gibt nicht die Situation, dass einer von uns überstimmt wird, also an keinem Punkt. Und deshalb, wenn einer sagt so, oh nee, den Post finde ich irgendwie noch komisch oder der wirkt irgendwie, keine Ahnung, drüber oder so, dann wird da sich wieder hingesetzt und wieder drüber geredet. Nervig. Kann nervig sein. Kann nervig sein, aber auf der anderen Seite hat man auch wirklich nie die Situation, dass einer sagt so, okay, ich finde es ultra scheiße, aber die drei haben mich überstimmt. Sondern es ist dann immer so, okay, ich finde es vielleicht immer noch nicht so geil, aber ich sehe den Punkt, können wir so machen. Ja und dann auch wieder toll, natürlich, wenn es um Song schreiben geht, dass ihr Gitarre, Bass, dass ihr natürlich jetzt auch mehr reingeben könnt, wenn Henning da bereit ist, auch mal dann eine oder andere Sache anzunehmen, oder? Oder war das schon immer so? Das war eigentlich schon immer so. Der kann schon gut Sachen auch annehmen. Wenn man dem sagt, keine Ahnung, die und die Zeile finde ich cool oder die und die Zeile finde ich komisch oder so. Also der Henning ist halt einfach der beste Texter von uns. Deshalb ist das irgendwie klar, dass der da mehr Ahnung davon hat. Aber ich glaube, das war auch gerade für dich und Savvy irgendwie krass, so ein wirklich eigenes Thema auf dem Album zu haben. Wohl. Was ist dein Thema? Mein Thema ist die Heimat tatsächlich, also nicht die Heimat an sich, sondern meine Heimat. Also ich komme aus Hennef, was nicht so weit von hier ist. Gibt es eine Sportschule? Genau. Mehr weiß ich nicht. Fährt die S12 hin, kann man ins Ja-Ja gehen, solche Sachen. Genau und es ging darum, um eine Zeit, in der ich immer in die Heimat fahren musste und das erste Mal damit konfrontiert war, dass ich die Beziehung, die ich da sehr lange hatte, nicht mehr hatte. Und die Parallele von den Sachen. Das muss jedes Mal schlimm gewesen sein, da hinzufahren. Ja, das ist auch ein relativ trauriges Lied geworden. Lustig, dass du lachst. Ja. Also ich meine... Ist ja eine Kamera an, muss ich ja lachen. Nein, musst du nicht. Musst du nicht. Und die Person, hat die sich schon rückgemeldet auf das? Oder ist das einfach adressiert? Ja, ja. Und darf man erfahren, wie die Reaktion war? Ja, die war natürlich sehr berührt. Die fanden das sehr schön und auch traurig. Also es ist ja etwas, was man... Das war eine sehr lange Beziehung und es dauert sehr lange, sowas natürlich aufzuarbeiten. Und das war so ein Stück davon. Ich glaube, es ist schon komisch, sowas rauszuhauen. Und deshalb habe ich nochmal mehr Respekt vor Henning bekommen, weil er seine emotionale Realität regelmäßig so hart auf den Tisch legt, dass man schon ein bisschen Angst bekommt, wenn man ihm nahesteht und denkt, oh Gott, jetzt sprechen uns beide Leute darauf an. Aber ist es nicht im Entstehungsprozess? Ich finde es unglaublich spannend, weil ich auch ein Buch lese momentan. Da beschreibt eben einer so seine Liebesbeziehung, seine Junge. Im Prozess selbst, denkt man da nicht die ganze Zeit dran, was denkt jetzt die Person darüber? Was schreibe ich? Gehe ich zu weit? Doch, auf jeden Fall. In dem Moment, wo wir viele von den Sachen geschrieben haben, war das Gute, dass es nicht so klar mit dem zweiten Album verknüpft war manchmal. Also man hat das schon geschafft, das so ein bisschen voneinander zu trennen. Und ich habe auch so Zwischenstationen von dem Lied der Person gezeigt und habe das natürlich immer kommentiert, weil zwischendurch war das, das hat sich immer wieder verändert. Es gab Zeiten, in denen war das super hart, wenn ich halt irgendwie diesem Thema gegenüber hart war. Und es gab Zeiten, in denen war das, habe ich auch gesagt, nee, lass das nicht machen oder so. Und das hat man natürlich im Kopf, aber man hat so viele Sachen im Kopf, wenn man so ein Album macht. Und also gerade, wenn man jetzt weiß, das hören sich so viele Leute an, ne, und ich kriege sofort, so ich habe heute mein Handy angemacht, dann musst du dir mal vorstellen, schreiben dir auf einmal so 50 Leute, was sie davon halten, also die du kennst. Noch nicht mal die, die irgendwie bei Instagram uns als Band schreiben, sondern einfach so persönliche Sachen, wo du denkst, okay, meine Mama, mein Nachbar, mein Bruder, haben sich das jetzt alle angehört und haben mir jetzt was dazu geschrieben. Und das ist schon krass, weil das hat man natürlich im Kopf, aber wir versuchen das auch immer nicht so ernst zu nehmen. Und wie baust du deine Firewall auf, dass du das irgendwie nicht zu stark schluckst und irgendwie deprimiert bist? Also ich glaube, das machen wir alle unterschiedlich, aber ich versuche es nicht, alles nicht so ernst zu nehmen. Also ich, manchmal, also sowohl so Interviews als auch irgendwie dann auf die Bühne gehen, dass das schon ein Zirkus ist und dass das halt, jetzt gerade machen wir Promo und dann reden wir über unsere Platte. Ich würde nicht hier sitzen wahrscheinlich, wenn wir keine Platte hätten. Absolut, und wir würden uns wahrscheinlich auch nicht treffen, so erstmal, was eigentlich traurig ist, dass man sich nur für diesen journalistischen Quickie interessiert, aber bisher läuft es ganz gut, oder? Ja, voll. Okay. Was ist das eigentlich mit der Mütze? Hast du die eigentlich immer, Entschuldigung, jetzt muss ich persönlich werden. Aber überall hast du diese Mütze auf. Wo kommt diese Mütze her? Die habe ich tatsächlich von Nils Lukas, dem Fotografen von Farbe, bekommen. Der ist auch richtig geil, der hat mir jetzt letztens die Geschichte erzählt. Und zwar war der in der Heimat und wollte sich eine Mütze kaufen, hat die gesehen und hat gesagt, oh geil, die nehme ich. Ist zu der Verkäuferin gesagt, die hat gesagt, ach ja, das ist noch ein Bestand irgendwie aus den 80ern, da haben wir noch 50 Stück von. Und dann hat er die gekauft für 50 Cent das Stück und verkauft für 12 Euro. Also ich habe die für 12 Euro gekauft, also ich einen richtigen Reibach gemacht. Und ich habe mir die gekauft zu einem Zeitpunkt, da hatte ich noch so eine Übergangsfrisur. Und da war das immer gut, weil ich konnte keine Haargummi oder so machen und dann habe ich die halt immer da, das habe ich jetzt immer benutzt, weil es so praktisch war. Und man kann sich so ein bisschen dahinter verstecken. Malte Lookalike ist das jetzt, der Malte Lookalike, wenn man die erwirbt, auch noch an der Stelle. Wir machen bald auch so ein Merch, da haben wir uns überlegt, dass wir so eine Mütze haben, wo dann die Haare mit abgehen, wie bei Ottobalkissen. Ganz schäfig, aber es ist akzeptiert, der Style ist voll akzeptiert. Das muss man auch sagen, das ist ein Style, der ja auch ein bisschen später erst dazukommt. Malte ist seit 14 mit dabei, jetzt der Ritterschlag natürlich auf allen Fotos, auch die neue Platte immer verewigt. Fühlt sich gut an, den Malte so fest im Boot zu haben. Der Style hat auf jeden Fall gefehlt. Genau, der Swagger, der badgy. Das ist schon mal sehr gut. Eine Sache müssen wir noch ansprechen, das habe ich vergessen beim Album. Es wird auch ein bisschen mehr politisch jetzt im Vergleich zur ersten Platte. Wenn ich das so richtig rausgehört habe, geht es in einer Nummer auch so ein bisschen um diese Schere Armreich. Oder um die Klassengesellschaft, irgendwie ist so ein bisschen Thema. War es für euch wichtig, nochmal, oder warum war es wichtig? Jetzt noch mal ein bisschen mehr Haltung zu zeigen? Uns hat das einfach super viel beschäftigt. Uns hat das auch schon vor sieben Jahren sehr, sehr viel beschäftigt. Und jetzt haben wir uns halt gesagt, dass wir viel mehr von diesen Sachen, die uns... Oder wir hätten es komisch gefunden, das nicht auf ein Album zu packen. Weil wir da auch einfach untereinander sehr viel drüber geredet haben und uns vorgenommen haben, dass wir ehrlicher sind und das noch ein bisschen direkter abbilden, was bei uns so geht. Und deshalb war das uns wichtig, so ein Thema dann auch aufzugreifen. Und das hat sehr lange gedauert, vielleicht auch, oder was hat das jetzt, das hat sehr lange gedauert, aber das ist schon schwierig, da irgendwie so einen coolen Einstieg zu finden in so ein Thema. Und du machst dich ja noch angreifbarer eigentlich, ne? Das auch, aber dass das auch nicht so mit dem erhobenen Zeigefinger ist, so, oder einfach nur so in Parolen verfällt, so. Und das, finde ich, hat der Henning mit, der hat den Text mit Fabian Döll und Felix Römer geschrieben. Das hat der Henning, finde ich, richtig stark gemacht, so. Okay, also wird jetzt auch vielleicht ein bisschen politischer bei euch, ja? Das ist ja, oder Lebensrealität, das, was euch beschäftigt, so kann man vielleicht ein Fazit ziehen, das, was eure Lebensrealität ist. Genau. Das packt er dann einfach an. Ja. Und dann kommt der Track vom Tontechniker. Genau. Ich glaube, das zieht sich eh durch, also durch sowohl das erste als auch das zweite Album, dass das halt alles Dinge sind, die auf eine Art und Weise autobiografisch für alle, für einen von uns, hauptsächlich natürlich für Henning, ist so. Weil dieses, mit diesen krassen Privilegien konfrontiert zu sein, sind wir halt, weil wir weiß sind, weil wir heterosexuell sind, weil wir in Deutschland geboren sind. Und das war was, was uns total beschäftigt hat. Natürlich auch, nachdem wir dieses erste Album rausgebracht haben, weil wir noch mehr damit konfrontiert waren, weil wir auf einmal auch davon leben konnten und wir hatten, waren noch privilegierter. Und gleichzeitig merkt man halt, was in Deutschland teilweise für eine Scheiße abgeht und wie man total unzufrieden damit ist. Aber wir haben... Was meinst du mit Scheiße abgeht? Naja, das, was seit dem letzten Album passiert ist, egal ob es mit der AfD ist, ob es Leute sind, die ihre faschistoiden Gedanken damit begründen, dass gerade Leute hinkommen und uns Sachen wegnehmen. So, deshalb auch diese Zeile, Flüchtlingskrise fühlt sich an wie Reichstagsbrand. Da haben wir super lange drüber gesprochen, weil es extrem oder für uns, für die Art und Weise, wie wir sonst Musik machen, eine extrem krasse Wortwahl ist. Allein, dass man das Wort Flüchtlingskrise benutzt, das sollte man eigentlich nicht benutzen, aber darum geht's ja. Ja, und das irgendwie in den Kontext zu bringen, in dem wir versuchen, woher kommt Rassismus, woher kommt Sexismus, was so Fragen sind, da haben wir natürlich keine Antwort drauf in dem Sinne. Okay, jetzt kommt der Refrain und dann erklären wir euch das, aber zumindestens mal zu sagen, wo stehen wir da und inwiefern sehen wir uns auch als Schuld für die weiße Wand eben. Und dafür, dass Frauen nicht in Führungspositionen kommen, das ist halt auch was, wo man im Musikbusiness die ganze Zeit mit konfrontiert ist und wir sind gerade dabei, unsere Crew zusammenzustellen oder machen das schon die ganze Zeit. Und es ist wahnsinnig schwierig, Frauen zu finden, die da mit uns zusammenarbeiten und zwar nicht, weil die das nicht gut können, sondern weil es halt ein strukturelles Ding ist. Und weil Frauen dann gesagt werden, ach nee, geh mal weg von den Knöpfen da, mach du mal lieber. Oder spiel mal nicht Gitarre, sondern spiel doch mal lieber Klavier alleine und nicht in der Band oder so. Und das empfindet ihr auch als eure Aufgabe, das aufzubrechen und zu lockern oder beziehungsweise bei den Texten dann anzubrangern? Ich bin immer vorsichtig mit so die Aufgabe finden und das, also ich wünsche mir das einfach so für mich und ich glaube, jeder von uns wünscht sich das irgendwie so. Und deshalb machen wir das gerade, also wollen da was zu sagen. So habe ich, habe mich auch immer gestört, wenn so ein Anspruch an mich herangetragen wurde, so deshalb möchte ich auch nicht immer so offensiv so einen Anspruch an andere anbringen. Aber inwieweit klappt das denn? Weil ich meine, eine Band zu haben oder in der Musik stattzufinden, auch auf einem relativ hohen Niveau, da hat man ja schon eine Erwartungshaltung. Da ist es dann schon so, dass man drauf guckt, was für eine Haltung hast du dazu? Wie positionierst du da, dich da? Wie macht ihr das? Wie geht man damit um? Ja, das war auf jeden Fall erstmal ziemlich schwierig, so gerade am Anfang irgendwie, dass man mit super vielen Fragen, zu super vielen Fragen, ja, Interview, genau die Situation, das muss man ja auch erstmal können, da muss man ja auch erstmal was Cleveres sagen dann. Ja, und zu voll vielen Sachen haben wir auch nicht die Ahnung, also sind halt nicht die Experten, die jetzt irgendwie, keine Ahnung, wir wurden gefragt, was wir davon halten, dass die Sanktionen gegen den Iran aufgehoben werden. Und so sind Sachen so, keine Ahnung, ist erstmal gut vielleicht, keine Ahnung, vielleicht schlecht, ich weiß es nicht. So und ja, das war auf jeden Fall irgendwie schwierig, so sich da manchmal rauszuziehen, so und dann zu sagen, so ey, ganz ehrlich, so wir wissen, dass wir eine große Aufmerksamkeit bekommen, die man auch gut für was nutzen kann, was einem am Herzen liegt, so und wir müssen da unseren eigenen Weg finden, damit umzugehen, so und Sachen anzusprechen, die wir ansprechen wollen, auf eine Art und Weise, mit der wir uns gut und wohl fühlen einfach, das ist ganz wichtig, glaube ich, weil sonst lässt man sich auch super schnell vereinnahmen, glaube ich, von irgendwelchen Strömungen und Leuten, weiß ich nicht, wo man selbst vielleicht dann doch gar nicht so krass hinter steht plötzlich oder so. Also es gibt unfassbar viele Sachen, für die man kämpfen kann und für die man sein kann und wo man auch laut seine Meinung für sagen soll, das ist super, aber ich glaube, das ist schwierig, wenn man so zu so einem Parolen raushauer wird. Ja, auf jeden Fall. Oder halt sagt, mach das so, weil so ist es richtig. Und ich finde, das sind so die zwei Sachen, die bei Weiße Wand und auch bei Hinterklugen Sätzen sehr wichtig sind oder die, die, finde ich, sehr schön geworden sind, nämlich zu sagen, es gibt da viele Sachen, die wir scheiße finden, wo wir mit unzufrieden sind, aber wir machen auch vieles falsch. Also klar sind wir gegen Sexismus und würden uns als Unterstützer vom Feminismus beschreiben, aber das heißt nicht, dass wir nicht ab und zu einen sexistischen Gedanken haben oder einen rassistischen, weil wir halt aufwachsen in der Gesellschaft, wo dir sowas beigebracht wird und dass man das immer, immer wieder reflektieren muss. Gerade wenn man halt zu dem Teil gehört, der halt diskriminiert und wir leiden ja nicht drunter, also wir leiden ja nicht unter Sexismus oder Rassismus. Und da sich das immer wieder bewusst zu machen und halt auch zu sagen, ey, wenn wir das machen, weist uns bitte darauf hinaus oder sagt uns Bescheid, weil dann ändern wir was da dran. Lass uns noch zum Schluss abgucken, was kommt, Zukunft, was steht an nächstes Jahr Tour? Ja. Jetzt Platte? Platte, wir machen jetzt noch viel Promo, sind aber jetzt auch in ein paar Tagen durch, also es sind noch so ein paar Fernsehauftritte und sowas. Körperlich durch. Körperlich durch, dann machen wir jeder so Sachen für uns, glaube ich, erstmal so über Weihnachten und Silvester und dann treffen wir uns Anfang Januar, um zu proben. Kein Weihnachtsfest gemeinsam oder was? Wir, zwiviert? Ja? Äh, nee. Also ich bin weg und ja, jeder ist bei seiner Familie halt, ne? Ja, das macht ihr schon noch so klassisch. Ja. Wir machen unser eigenes, also gestern war ja so ein bisschen unsere Betriebsfeier. Jahresabschluss, genau. Jahresabschluss. Ja, nee, mein Weihnachten, wir sind auch froh, wenn wir uns mal nicht sehen. So. Das ist doch ein schöner Schlussakkord. Aber alles ist gut bei uns. Malte und Christopher, ganz lieben Dank. Zwei Viertel von einem, Mike Hantereit, die Hälfte war heute hier. Dankeschön, dass ihr rumgekommen seid. Ja, cool. Danke. Und guten Tag. Schluss gemacht. Danke. Danke.